24 habe ich hart verschissen. Ich würde gerne noch die 300k Abgabe erreichen, dann reicht das für den Monat. 300? Oh, ich habe 300. Ich würde gerne noch so 80k Ruf bekommen. Lol, sind von den Dämonen irgendwie voll viele rausgegangen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, wo denn? Ah, wow. Wow. Hier sind ja nirgendwo vernünftige Massen an Engeln. Wo man den mal schnell reinhauen könnte. Ja. Na gut, gleiches E-Raid von daher. Ah, den werde ich... Hm? Hm, wahrscheinlich nicht mit können, seit denn es ist Schatten. Hä? Ne, den gehen ja alle schnell, aber... Ich wollte gerade sagen, hä. Ja, ich muss um halb sieben weg. Halb sieben? Voll locker easy. Dafür muss der erstmal jetzt aufgehen und dann 30 Minuten und dann ist schon halb sieben. Wow. Ja, da gehst du halt um 5 nach halb sieben. Ne, ich geh um 5 vor halb sieben. Ach, scheiße. Hm. Oh, ja, was dann los? Haha. Nice. Shit. Wart nice. Ich mach... Ich hab grad einen 20er reingemacht, einer hat auch Hope viel gekillt. Ich hab... richtig fett hochbekommen. Ich... Also... Was ist denn dat für ne Range? Dat ist der scheiß Norm-Hit. Die hacken doch alle. Haha. Ja, ist doch so. Weißt du, wenn ich jemand aus der Entfernung noch killen will, dann muss ich hoffen, dass ich den mit Ansturm der Rachegeister noch treff. Und die machen einfach einen Norm-Hit. Tja... Hey, wieso werten wir einen Kill? Boah. Geh weg, Blackout. Alter. Äh... Ich hab wieder 20er frei. Und ein Effi. Okay. Ich renne einfach so rein. Lol. Wir haben... Äh... Oder? Lol. Zwei Fufsigkeit. Hast du bekommen? Ja. Boah, der hat nen Scheiß-Lied. Es rappelt im Karton. Nein. Mother Trucker oder sowas. Mother Trucker. Du bist ne richtiger Mother Trucker. Ja. Nein. Damn. Damn. Und dieser schöne Grafik-Bug hier einfach, ey, das ist so wunderschön. Welcher? Ja, der, äh... Mit den... Das hier so ne Abstufung ist vom Licht, ja. Wo? Ist glaub ich überall in Akt 4. Egal wo du bist. Hä, wo? Wenn du die Kamera flach machst. Achso, da hat dieser komische Nebel oder wat? Nebel? Ja, wenn ich mein... Wenn du die Kamera ganz weit nach außen hast. Wenn dieser schwarze Nebel über Akt 4 läuft. Ja, ja. Was ist damit? Wenn du die Kamera ganz schräg machst, dann siehst du wo der anfängt. Ja, genau das meine ich. Die sind gerade Kante da. Ja, voll behindert. Ja. Wie hier kein Schwanz mehr ist fast. Oh, komm schon, lass mich mal. Loll, hab ich dem was damaged. Stirb. Oh, ho, ho, ho. Komm. Nicht mich angreifen. Nicht mich angreifen. Nicht mich angreifen. Alter, ich hab den Skill nicht frei. Oh, scheiße. Nice. Das ist ein Dämon, den ich anvisiert hab. Weißt du, warum laufen auch zwei Vulkis plus 15 mit feurigen. Boah, war das jetzt grad stressig. Sollen wir raus? Nee. Vielleicht ist der Reisende da. Du kannst raus, aber. Du kannst raus, Alter. Ja. Eigentlich ist das grad komplett Kacke. Ich guck mal kurz wieviel ich bitte 20er mach. Ich hab grad einen Kill gemacht. Ey, kam der 20er überhaupt? Hm. Hm. Einen Kill oder so hab ich gemacht. Da steht er hier ganz alleine rum. Ganz. Ganz. Ich hab einen Effi. Was hast du? Einen Effi. Wie? Hahaha. Komm schon. Ihr haltet doch eh alle nix aus. Da komm ich mir noch einmal 20er und hau ich ab, glaub ich. Okay, er hält was aus. Boah ey, lass doch wenigstens dein Kumpel mich killen und klau den nicht. Scheiß KS. Ich weiß nicht, ich reg mich darüber auf, dass ein Engel den Kill an mir geklaut hat. Aber den ist halt auch mein, find ich halt auch scheiße. Jaja. Danke. Okay. Jo. Geil. Was gibt's? Oh. Was hab ich denn alles für Debuffs ey, ich kenn die alle gar nicht. Die ganzen neuen Partner-Debuffs auch schon wieder da. Mhm. Wow. Stirb. Wow. Stirb. Endlich. Alter. Nein! Da wechseln die englängig irgendwie... Erst mache ich dem Typs kaum damage, jetzt habe ich dem voll viel gemacht. Oh, komm schon. Oh, BÄM! Wow, meine KD 235 zu 235. Nicer, dicer. Loll, auf der Gamescom waren Cosplays von Grong-Sims-LP-Charakteren. Die habe ich nicht gesehen. Ja, warte, ich like da mal, dann siehst du halt. Ich habe 80 Milliarden Cosplays gesehen, aber... Mussten wir nur WhatsApp schreiben, ne? Dann nicht. Ich war... ne, kannst du gleich auf Facebook sehen. Oder die waren so schlecht, dass ich sie nicht erkannt habe. Aber wie viel Arbeit da manche einfach in die Cosplay-Kostüme stecken, ey. Hier ist echt fast nur noch unsere FAM, ne? Also wenn du einfach mal auf eine Map guckst, wie viele da sind und dann vergleichst, wie viele die ja insgesamt sind. Hm. Oh, ey. Sieben, neunzig Prozent. Hm. Wo soll ich den Zwanziger hinsetzen? Hatten die nicht Raid und wir sie... neunzig Prozent? Naja, deren Raid ist jetzt aber um. Ja, heißt die haben fünfzehn Prozent, dann machen wir wieder sieben. Typisch. Ach, das ist ja immer so. Ja. Ja. Die haben ja auch doppelt so viel Waits am Tag wie wir. Ja. Sterben wir alle. Danke. Das ist immer so witzig, wenn es irgendwie äh... Ja! 98, 87 steht, weißt du, dann kriegen die trotzdem noch früher Raid. Ich bin positiv. Aha. HIV-Positiv. Boah, diese Folge, ey. Loh, ich hab doch trotzdem noch drei Kills gemacht, da waren... Ja, ich auch gerade. Das war ein Run-It. Das hab ich gerade... Hattest du den, äh... Ansturm der Rachegeister gemacht, oder was? Ich hatte den gleichen Typen an, wie sie da waren. Ja, ja, genau. So ein GZB. Ja. Och. Komm. Alter, der hält nix aus. Bam! Ja. Ja. Der hält was aus. Und der macht damage. Nein, lasst mich am Leben. Ah. Komm schon. Da. Alter, ernsthaft. Der hatte seinen Adler auf mich drauf. Hat mich extra noch weg... Hat mich extra noch wegrennen lassen und als ich dann äh... fast raus war, hat er den auf mich gehetzt. Oh, ich sterbe jetzt? Ne, doch nicht. Lol. Komm schon, geh auf, Wade. Dann kann ich den mitmachen. Seitdem das Wasser dauert, weil der dauert ja 10 Minuten. Aber der war heut schon, oder? Jupp. Wo ich noch am Pennen war. Den hat, wie sie sogar, äh, Solo gemacht. Fand ich gar nicht mal schlecht. Nice. Oh, da sind grad viele. Komm schon. Oh, da sind grad viele. Komm schon. Komm schon. Oh nein, ich hab... Ja, tot. Nein, Blackout. Och, ist das behindert, ey. Och, ist das behindert, ey. Ja, ist doch so. Alter, ich brauch noch 70k, da bin ich roter Nost. WTF, wie viel... Ruf haben wir hier gemacht? Ich glaub, ich hab 100k bekommen. Ah ne, Quatsch, ich hab auf die falsche Zahl geguckt. Ne, doch nicht. Scheiße, ich weiß nicht. Aber 60k haben wir gemacht. Ja, ja, ja. Ja. Danke. Loll, ich hab... Mindestens 70 Kills gemacht. Ach, Mann. Scheiß Blackout. Ach, Mann. Ach, Mann. Komm schon. Ach, nicht frei. Komm schon, den kenn ich. Die machen noch 4 und 2. Ey, echt mal. Wir haben schon 20. Wir haben keinen Prozent bekommen im Spiel wieder 5. Was ist das? Ja, das ist unfaire... Äh, Unausgeglichenheit. Ja, das ist echt so. Weißt du, deswegen sind auch die meisten Engel, weil die einfach cheaten. Ja. Gibt mal gar keine Dämonen mehr, dann ist Act 4 ganz tot. Ja. Dann haben die Engel da auch nichts von, dass da alle Engel sind. Die haben schon wieder ein Prozent bekommen. Aber meistens ist das dann so, dass wir dann die 3 auf einmal bekommen. Aber wow, 3. Was dann gleich einfach Wait auf ist. Ich glaub, 3 auf einmal geht gar nicht, aber 2. Deswegen steht manchmal 101. Ich achte eben die ganze Zeit nur noch auf die Prozente, wa? Boah. Alter, das war jetzt gut aus der Situation gerettet. Ich hab mich zu nem Krieger hingerutscht hier, ne? Hingerutscht hier. Und dann ist der aber in die Menge gelaufen in dem Moment. Dann war ich in der Menge und hat um 20 ein paar Kölz gemacht. Woll. Alter, können wir mal bitte 1% bekommen? Dann ist das wenigstens... Weißt du, was ich sagen will? Ne, weiß ich tatsächlich nicht. Weiß ich auch nicht, deswegen hab ich nicht weitergeredet. Boah, ey, nur noch 1%. Oh, wir haben 1% bekommen, cool. Nur noch einen fucking Tag Ferien. 8%, so 21%, das ist echt fair. Ja. Boah. Ja, hast gedacht, willst mich killen, ne? Kannst mich mal. Hast gedacht, hättst mich killen. Ah, scheiße. Mist. Boah, tot, ey. Der hat 1 HP oder so. Ich heule. Boah, ich hab 4 Kills gemacht gerade mit dem Ding. Und bitte sag, da sind grad nochmal viele auf einem Haufen. Mhm, 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 mhm. So. In der Mitte, wo wir die übernommen haben, da war Kacke. Mhm, 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 mhm. Alles, was wir dann hatten, war wieder cool. Ah. Vorhin, mir geht langsam mein Limettensaft aus, weil ich hab nur noch 1,50. Ja, auf dem Schar hab ich vorhin mein letztes. Ja, auf dem Low hab ich auch noch ein bisschen, aber trotzdem. Auf dem Low hab ich noch ein ganzes Hauptinventar voll. Komplett. Was? Ja, glaub schon. What? Boah, jetzt sind da so viele. Hä? Was war das denn für ein Leck? Ja, ja, Leck. Nee, echt so. Mhm. Ich hab nen Kampfmensch angeklickt, ähm, der ist dann irgendwie, äh, äh, weggedrückt worden. Äh, war rot. Dann hab ich auf einmal Damage bekommen und dann stand der vor mir mit vollem HP. Oder ein Hacker. Wtf. Boah, ich hasse Arsenkostü. Boah, ich hasse Arsenkostü. Das waren aber zwei Typen, die die gleiche SPR an hatten. Mit dem gleichen Plus. Äh, äh. Und du 20er frei. Ich werde wahrscheinlich sterben, bevor ich da bin, ich hab kaum Arten. Boah, ey. Ah, du Ficker. Ja. Oder auch nicht. Na doch. Hey, mach doch den 20er. Oh. Alter, ihr könnt im Video zurückspulen und in die Skillliste drücken. Ich hab den gespammt. Wieso macht der den nicht? War ich nen Buff oder so? Nee, nicht. Aber nicht. Ich geh jetzt raus und guck wegen nem Reisenden. Ja. Der ist da. Ist er? Ja. Dann mach ich jetzt ein 20er. Weil nicht, dass wenn jetzt gleich vorbei ist und die ganzen Leute rauskommen, dass die den dann killen. Ja, ich mach jetzt ein 20er und dann komm ich raus. Okay. Huhu. One kill. Okay, jetzt sind eh nur noch Engel da. Komme. So. Bin da. Ja. Ich brauch mich noch nimmer re-loggen, weil meins geht das eh gleich abgelaufen. Meiner braucht noch n bisschen. Oder so an meinem Dämonenjäger. Ich lass halt mein Video. Ja genau. Willst du verarschen? Nee, Alter, mach WK. Weißt du, beim ersten Mal haben wir das als Map-Bosse-Video gemacht. Fibi. Weil wir gesagt haben, der ist übel hardcore. Und jetzt killen wir den immer, wenn er wieder gespawnt ist. Ja, Fibi. Wohl die Fibi. Wohl die Fibi. Hey, wo ist denn meine Fibi? Oh. Vermutlich... Im Mini. Hä? Wie kommen die hier hin? Ah. Rage. Vielleicht pupen alle. Nee, die kommt doch nicht zu mir gerade. Na dann, du musst die füttern. Ach so. Stimmt. Puppen alle um kein Saat vielleicht. Andi du hast... Ich kein Saat. Lustig. Ja immer im Etat meine ich. Ja. Ich auch. Aha. Yay. Raid. Das ist eh Wasser oder so. Alter. Scheiße wir müssen uns beeilen. Mach mal BSB alter. Hab doch mal Geduld. Warum müssen wir uns denn jetzt beeilen? Weil die ganzen Vollwichser jetzt hier kommen. Die haben alle vor den Reisenden zu töten ey. Deswegen kriegen wir den auch so oft. Weil den immer alle killen. Ey ne der ist total oft tot wenn ich nachgucke. Morgens wenn du nicht da bist. Ja vielleicht hab ich den ja... Alter. Moment. Es ist laut. Der Gruppenbug ist grad ein bisschen... Was hast du denn für einen Bug das deine Werbung so laut ist? Oh. Ist Lilly Gruppe? Ja. Gut. Sonst kriegt die den Drop nicht falls wir hinkriegen. Oder nur sie. Oder nur hier. Mount. Wat? Ach du hast ne neue Tic Tac. Genau. Sonst haben wir den doch immer hier gekillt. Ne hier finde ich das besser. Weil hier kannst du immer Stück für Stück die Mobs da ran ziehen. Viel schneller. Ja. Mit dem Mount damit du nicht so viele Mobs zu dich ziehst. Ich weiß Phoebe. Ja. Ja. Alter wieso hast du denn so viele mitgezogen du Hure. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Wo gehst du hin? Die Viecher killen. Ja ne du ziehst nur noch mehr mit. Du musst die hier in die Ecke ziehen. Boah. Boah. Die blanke Inkompetenz ey. Mit behinderten Monstern im Spiel ey. Ja. Du hast den ganzen Führer Stapel angezogen. Ja dann kill den doch oder bist du low. Das ist verdient. Kill den doch. Der hat ein HP noch. Kannst du irgendwas? Äh. Roslinien ist dir verreckt. Und die dich so nicht wohl hier. Wieso wird es ja auch so schlimm hier zu verrecken, weil man auch Hure abgezogen kriegt. Ist trotzdem scheiße, die Buffs sind weg. Äh. Ich hab die noch frei. Ja. Da guck so und dann so. Easy peasy Lemons. Das ist korrekt. und dann so. So mal eine 14k. Oh jetzt mal langsam. Das ging vorher aber immer schneller, das ist ne behinderte Taktik. Das ist keine behinderte Taktik, das ist ne safe Taktik, wenn man keine behinderten Leute dabei hat, ist das... Ja, safe ist für Mongos. Bisschen Action machen. Arsch. Ich kann grad nix tanken, weil, äh, Todes-Debuff, aber komm doch nach hier, Faggot, lass dich doch nicht stunnen, was kannst du eigentlich? Fick dich. Und nimm deine Phoebe mit. Ja, mach ich, aber kann ich nicht dafür, wenn du ein Reich wendet, Fernkampf wirst, uhr, ey. Geh doch mal mit drauf. Wow. Und hab auch deine Phoebe. Boah, du um deine Phoebe, ey. Ich hab keinen Bock die tanken zu lassen. Boah. Na, ich mein, da du die immer weiter weg holst und noch ne Mops ziehst. Ja, damit deine tankt. Jaja. Der droppt eh nix, der droppt voll selten wat, außer du bist jetzt dabei. Hä? Ich bin dabei. Hallo, hier, ich bin da. Sonst, in letzter Zeit droppt der kaum noch wat. Ne, der droppt immer. Ne. Doch, jedes verdammte Mal, wirst du jetzt gleich sehen. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ja, sie hat der Macht. Geil. Ich 800 Gold. Welcher Rate ist es eigentlich? Keine Ahnung, ich würde mich ja grad recken lassen, aber... Ich warte die 30 Sekunden. Stefan, warum machst du den Boogie eigentlich nicht? Level Up. Ach, Feuerwait. Geh mal rein und sag wie viele Minuten, dann sag ich, ob ich mit kann. Hä? Guck doch unten auf die Leiste. Ja, da steht keine Zahl, ich muss halt auf die Minute. Wow, wow, weiß, ich sag dir 28. 24. Ne, weniger. Eben. Eben. Es ist sowieso scheißig, ob du halt auf die Minute weißt oder nicht. Ne. Doch. 24. Ah. Viel knapp, ne? Ach, das Video läuft ja noch mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.